Aaaaaah! 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 Du, du wirst mir gesund dir halten. Ich hab bloß deine Schulter verbunden. Ich, ich muss los von Hilfe holen. Geh dich weg! Nein! 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 Nicht! Lawrence! Lawrence! Keine, keine Sorge. Ich schicke jemanden her. Versprochen. Ich schau. Aaaaaah! 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 Ich schließe. Знаht, ich schließe. Aaaaaah! 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 Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel! Hallo, Mr. Hindle, oder wie Sie in der Klinik genannt werden, Sepp. Ich möchte, dass Sie eine Wahl treffen. Sie haben ein langsam wirkendes Gift in Ihrem Blut, für das nur ich, das Gegenmittelbesitzer, würden Sie eine Mutter und Ihr Kind ermorden, um sich selbst zu retten. Dr. Gordons Zeit ist abgelaufen. Mrs. Gordon! Hören Sie bitte genau zu. Es gibt Spielregeln. Warum? So sind die Spielregeln. Der Schlüssel für die Fußschäle ist in der Klinik genannt, um sich selbst zu retten, 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 um sich selbst zu retten. Der Badewanne. Er ist ein sehr interessanter Mensch. Sein Name ist John. Er hat einen inoperablen Tumor vom Stirn, Hirn, Lappen, bis zu... Krank an einer Krankheit, die mich von innen her auffrisst. Sieht nach dem Puzzle-Mörder aus. Krank wegen der Menschen, die verachten, wie gut es Ihnen geht. Anscheinend hat unser Freund bei seinen kranken Spätchen einen Sitz in der ersten Reihe reserviert. Hallo Mark. Paul. Amanda. Seth. Hallo Edgar. Dr. Gordon. Ich möchte ein Spiel spielen. Die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch leben. Aber sie nicht. Jetzt nicht mehr. Das Spiel ist aus.